So, bloß gegen den, das ist in Ordnung, kann ich euch jetzt mal Tomberry zeigen. Wenn er jetzt Wall nicht mit einem bösen Glück belegt. Tut er nicht, das ist gut. Aber schon wieder die arme Selfie. Die muss schon wieder ihre Teamkameraden verkloppen. So, Tomberry dauert natürlich ein halbes Jahr. Bis dahin, Megapölle, verdammt nicht. Obwohl, ha, sehr gut. Wollte gerade sagen, ich habe es nicht mehr geschafft, bevor Selfie noch irgendjemand von uns verletzen kann. Aber ein Glück hat sie den Gegner angegriffen. Ah, wie gewonnen so Zaron. Großartig. Sollte ich mir die Megapöllen vielleicht doch sparen? Nee. Lieber nicht. Wobei ich davon relativ wenig habe. Ich hätte mehr kaufen sollen. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich hier ziemlich viele Statusveränderungen auf mich... Oh nein, auf Squall. Ich hasse diesen Typen. Ey. Ey, leck mich am Arsch, ey. Medica. Ich kann Medica-Torn. Ich habe das gewusst. Hast auf Squall. Trauerfehler geschlagen. Wunderbar. Ah, warum rege ich mich so auf? So künstlich. Ja, ist doch sonst nicht meine Art. So gleich an die Decke zu gehen, nur weil hier irgendwas mal dazwischen gehauen hat. Ich habe zu viel Funk geguckt. Während ich hier nicht da war. Habe ich jetzt Shiva beschworen? Ach nee, Tomberry geht zu schnell. Nee. Ich bin wieder raus. Ich bin raus. Ich bin raus. So. Jetzt mal gleich Medica. Ich frage mich, warum Tomberry jetzt so schnell geht. Weil geht er nicht schnell? Und ich vergucke mich bloß. Ich denke bloß, dass er so schnell geht. Nee, er geht gar nicht schnell. Mein Gott, ich bin verwirrt, Leute. Das erste Let's Play nach irgendwie... äh, äh, gefühlten Jahren. Und ich komme erst mal gar nicht mehr klar. So, da ist er, der süße Tomberry. Schaut ihn euch an. Wie gesagt, er macht nicht viel Schaden, aber er sieht einfach trollig aus. Bieks! Ach, der Schaden ist eigentlich sogar gar nicht schlecht gewesen. Ich glaube, das liegt daran, dass Tomberry ziemlich hohes Level hat. Im Vergleich zu meinen anderen GFs. Ach, wie er bloß den bösen Blick kann. Und immer auf Selfie. Aber diesmal werde ich sie nicht davon befreien, sondern einfach mal Schieber raushauen. Und dann hat sich die Sache eigentlich schon wieder... Oh. Hat sie nicht mal verwirrt? Dann ist es mir doch eigentlich ziemlich egal. Ah, das kommt darauf, wenn man nur drückt und nicht unten rechts auf den Bildschirm guckt, sondern sich einfach mal so in der Gegend umguckt, in seinem Zimmer. Guckt, wie viel Zeit schon rum ist. Wie lange das Let's Play schon geht. Aber wir haben noch genügend Zeit, um ein bisschen nach E-Stadt zu kommen. Das ist eigentlich mein Ziel heute. So ungefähr. Jawohl, Selfie. Konnt's ihm noch geben zum Schluss. So, jetzt habt ihr Tomberry gesehen. Das war das, was ich wollte. Die beiden Mädels steigen schön an Level. Das ist auch schön. Ich kriege einen Arsch voll Zaubersteine hier. Was mir natürlich sehr gut gefällt, weil daraus kann man eigentlich relativ schön einen Zauber machen. Verliere aber eine Menge Megapillen. Was ist sie denn? Okay, ich habe eh bloß die goldene Nadel. Möchte ich sagen. Kann man mal ordnen. Ja. Ich habe mir gerade überlegt, was denn Selfie ist. Sie ist schweigend. Aber ich habe kein Item, was nur gegen Schweigen hilft. So, zum Aussteigen X drücken. Steigen wir mal aus. Springen hier runter. Und treffen gleich auf einen gar bösartigen Gegner, der aber sehr, sehr einfach zu besiegen ist. Und zwar analog zum, äh, äh, wer war das damals genau? Das Präsidenten-Double. Hier rechts gibt es einen Save-Point. Der ist, glaube ich, sogar bloß sichtbar durch, äh, äh, Wünschel-Route. Ja, er ist ein bisschen durchsichtiger als die anderen Save-Points. Daran kann man eigentlich immer sehen, dass ich den gerade bloß sehe, weil ich Wünschel-Route drin habe. So, neu gespeichert. Wir hatten nicht, dass wir jetzt irgendwelche, äh, Tode fürchten, die wir gleich sterben werden, sondern eigentlich bloß, um mal wieder gespeichert zu haben. So, hier links ist das Biest. Ich glaube, das heißt Abandon. Und wie gesagt, es ist ziemlich leicht zu besiegen, weil es ist wieder ein Untoter. Ich glaube, den hier kann man nicht mal, kann man, glaube ich, nicht durch den Phoenix-Feeder sofort instant killen. Aber wir haben jetzt eine übelstgeile Ability dabei, und zwar heilen, die ich extra hier vorgelernt habe. Ich weiß sogar gerade, Livyatan hat die. Das ist ein Untoter. Heilsauber und Items sind wirksam. Ja, und Livyatan hat heilen gelernt, und den haben wir dabei und gekoppelt. Und werden wir gleich mal benutzen. So, totgeheilt. Blödes Viech. Das müsste direkt mal... Okay, kein 9999er Schaden. Aber, haha, es hat gereicht. Wie schwach das Viech ist. Aber na gut, ich bin mit ziemlich schwachen Leuten reingegangen, mit Christus und Selti. Weil ich hatte deshalb ein relativ niedriges Level und hält nicht mal 10.000 aus. So, ja, war ein schneller Kampf. Ich hätte vielleicht mal gucken können, was man von dem Viech dornen kann. Das wäre die Gelegenheit gewesen. Ein paar schöne Zauber zu dornen, bei einem Gegner, den man relativ leicht besiegen kann. Wahrscheinlich sogar starke Zauber. Oh, Flairstein. Flair ist auch was Schönes zum Koppeln. Und 40 AP. Mensch, Mensch, Mensch. Da gehen wir gleich mal die GF wieder durch. Was wir denn nicht alles Schönes haben jetzt. Und Schönes Neues lernen können. So, ist okay. Ne, ist nicht okay. GF-HP. Die ist mir so wichtig mal nicht. Aber doch. Jetzt schon. Der Rest ist alles ganz gut gelernt. Und da ist es mal ein wenig wichtig, dass die GF auch mal ein paar mehr HP kriegen. Denn mit denen greife ich ja immerhin trotzdem noch an. So. Das ist ja in Ordnung hier. Das muss auch noch nicht sein. Da haben wir auch noch was Schönes. Na, was heißt Schönes, aber wir haben noch was. GF-HP plus 10. Auto-Refleck. Refleck, nee, Refleck war das, was Zauber zurückwirft. Das ist eigentlich gar nicht so cool. Eine Magie-Kopplung. Hier kommt GF-Medizin. Wobei ich das eigentlich auch nicht brauchen kann. Aber noch eine Magie-Kopplung. Ja, das ist schnell gelernt. Pandemona lernt den R-Schlag. Das ist sehr schön. Auch in Ordnung Medizinkunde. Sehr wichtig. Stammkunde. Überaus wichtig. Gut. So viel dazu. Ich glaube hier hinten ging es gar nicht... Ach doch, na klar ging es hier weiter. Wir kommen bei dem gleichen Screen, in dem wir gerade eben eigentlich auch schon waren. Nur dass er ein wenig anders aussieht. Und zwar seht ihr das Bildstück. Gehen wir nach rechts weiter. Gibt es da noch was Schönes? Nee. Können wir was drücken? Auch nicht. Schönes Skelett im Hintergrund. Aber naja. Sind wir in Eshtar gleich angekommen. Hier ist die Leiter. Hm. Da ist etwas. Hm. Was ist das denn? Ein Loch in der Luft? Darum geht es weiter. Wir gehen jetzt hinein. Wie Squall aber so unheim unwahrscheinlich stark ist und einfach mit den Mädeln auf dem Rücken auch noch eine Leiter hochklettern kann. So. Ja. Eshtar ist gut versteckt. Durch ein Tarnfeld. Und das bloß dadurch auffällt, dass er ein paar Bildstörungen hat. Aber das sieht man anscheinend erst, wenn man sehr sehr nah dran ist. Na gut. Vorhin haben wir es auch schon gesehen. Ein wenig. Aber da ist man ja auch schon ganz nah dran, indem man sich in diesem Salzsee befindet. Aber überall anders auf der Welt kann man es nicht sehen. So. Machen wir eine kleine Fahrt durch Eshtar, in der man wieder schön herumlaufen kann. Yay. Hm. Was ist das überhaupt? Wo gehen wir jetzt hin? Und diese Musik. Die kommt mir immer so unwahrscheinlich vertraut vor. Aus irgendwelchen anderen Spielen. Irgendwie so ein Detektivspiel oder so. Hm. Was ist das hier eigentlich? SENTE you KNOWS NO NO YOU ups W